Hallo, heute wollen wir uns mal anschauen, was passend zum Schulanfang die perfekten Einsteiger-Instrumente sind im Bereich E-Gitarre. Der Hauptunterschied zu einem Starter-Set ist tatsächlich alles, was außenrum um die Gitarre passiert. Das ist einmal der Verstärker, da fassen wir immer sehr, sehr gerne zum Fender Champion 20. Sieht erstmal ganz ähnlich aus wie der Verstärker im Starter-Set, hat aber den Vorteil, dass er ein digitales Modeling an Bord hat, was ihr dann trotzdem auch noch braucht, wie im Starter-Set auch drin ist, eine Tasche, wo die Gitarre gut geschützt ist. Vorteil ist die bessere Polsterung, die bessere Rucksackgarnitur im Vergleich zu einem Starter-Set. Das heißt, ihr bekommt die Gitarre einfach geschützter in den Unterricht. Ein gutes Stimmgerät, wir empfehlen gern die Versionen mit Akku und natürlich, damit überhaupt ein Ton rauskommt, Kabel und damit man sich die Finger nicht blutig spielt, ein paar Picks. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Falls Fragen auftauchen, lasst einen Kommentar.